Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Games Not Over. Heute mit Erklär mir Router. Was ist ein Router? Ein Router ist ein Vermittlungsrechner, der Datenverkehr aus einem Netzwerk oder auch zwischen mehreren Subnetzwerken in andere Netzwerke weiterleitet. Dabei verfügt er über mehrere Netzwerkschnittstellen, um von Quell in das Zielnetzwerk weiterzuleiten. Die Funktion eines Routers ist abzugrenzen zu der eines Gateways, welches Datenverkehr aus verschiedenen Netzwerkumgebungen lediglich konvertiert. Üblicherweise bieten moderne Router noch weitere Funktionen wie NAT, DHCP-Server, DNS-Server und Firewall an. Auch eine Modem-Funktion ist heute in einem Router nicht mehr unüblich, so können viele moderne Router direkt an den DSL- oder sogar Kabel-DSL-Anschluss angeschlossen werden. Da ein Router nichts weiter als ein Verbindungsrechner ist, kann man einen Router auch ganz alleine auf einem PC mit Linux-Betriebssystem aufsetzen. Um einem Router zu ermöglichen, Datenverkehr von einem Netzwerk ins Internet weiterzuleiten und andersherum benötigt man NAT, sogenanntes Network Address Translation. Das ist eine Adressumsetzung, die eine private IP-Adresse aus einem lokalen Netzwerk in eine öffentliche IP-Adresse im Internet umwandelt. Auch das funktioniert wieder in beide Richtungen. Ursprünglich wurde diese Adressübersetzung eingeführt, um dem Mangel an IPv4-Adressen entgegenzuwirken. Stellt euch einmal ein Heimnetzwerk bestehend aus zwei Rechnern, einem Netzwerkspeicher und Router angeboten an einem Modem vor. Die Geräte besitzen die IP-Adressen 192.168.1.2, 192.168.2.1, 192.168.1.3. Der Router und das Modem im Bridge-Modus kriegen jeweils die öffentliche IP-Adresse. Man stelle sich nun vor, diese privaten IP-Adressen werden genauso auch im Internet vorhanden. Dann kann offensichtlich nur eine begrenzte Anzahl an IP-Adressen gebildet werden, nämlich nur vier Zahlen mit den Werten von 0 bis 255. So ist es ab einer gewissen Nutzerzahl, ab etwas über 4 Milliarden, nicht mehr möglich jedem Rechner eine eindeutige IP-Adresse zuzuweisen. Deshalb hat man eine Unterteilung in öffentliche und private IP-Adressen vorgenommen. So dürfen die Adressen aus dem Bereich 192.168.0.0 bis 192.168.255.255, 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 und 10.0.0.0 bis 10.255.255.255, ausschließlich in privaten Netzwerken, also denen, die hinter einem Boden stehen, benutzt werden. Dafür dürfen diese IP-Adressen aber auch mehrfach in verschiedenen privaten Netzwerken verwendet werden. Möchte man nicht jedem Rechner manuell eine IP zuweisen, sondern dieses Verfahren automatisch ablaufen lassen, braucht man einen DHCP-Server. Das Dynamic Host Configuration Protocol sorgt dafür, dass Rechner, die sich im Netzwerk befinden, eigenständig eine IP-Adresse zugewiesen bekommen. Der DHCP-Server identifiziert dabei zuerst die Rechner durch ihre MAC-Adresse. Und nein, das hat an dieser Stelle nichts mit einem MacBook zu tun. Das steht für Media Access Control Adresse. Und weist diesen MAC-Adressen eine IP-Adresse aus einem vorher bestimmten Pool mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer zu. Ein Router soll natürlich auch für bestimmte Internetadressen, wie zum Beispiel www.google.de, die entsprechende Website liefern. Dafür ist es nötig, dass der Name der Internetadresse durch einen DNS-Server in eine IP-Adresse aufgelöst wird. Deshalb kann das Domain Name System jeder gültigen URL, das steht für Uniform Resource Locator, eine entsprechende IP-Adresse zuweisen. Der Computer sendet also eine gültige URL an den Router. In vielen Routern kann manuell ein DNS-Server angegeben werden. Ist er das nicht, wird standardmäßig der DNS-Server eures Internet-Providers genutzt. In diesem Beispiel geht die URL zum DNS-Server 8.8.8.8. Das ist ein Google-DNS-Server. Da sich das Modem im Bridge-Modus befindet, leitet es die Anfrage einfach weiter. Im Internet findet sich dann der Server mit der IP-Adresse 8.8.8.8. Dieser Name-Server verwaltet eine große Liste, in der den Namen von Websites verschiedene IP-Adressen zugewiesen werden. Dabei können einem Namen auch mehrere IP-Adressen zugewiesen werden. Für google.de gibt uns der Name-Server die IP-Adresse 172.217.18.35. Das wird unserem Computer mitgeteilt, der sich daraufhin mit dem Google-Server unter dieser IP-Adresse verbindet. Um unerwünschte Verbindungen zu blockieren, benötigt man eine Firewall auf Basis von Quelladresse IP on Port, Zieladresse IP on Port und verwendeten Dienst kann bestimmt werden, ob ein Datenpaket durchgelassen, allow, verworfen, drop oder zurückgewiesen, reject wird. Dabei gilt es zu beachten, dass ein Reject im Gegensatz zu einem Drop immer eine Fehlermeldung an den Absender zurückschickt. So kann eine TCP-Verbindung, also gleich nach der Fehlermeldung, abgebrochen werden. Ein Drop verwirft das Paket ohne Fehlermeldung, was den automatischen Abbruch der Verbindung um mehrere Minuten verzögern kann. Ich hoffe, ich konnte euch die Thematik etwas näher bringen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Ihr möchtet keine weiteren Videos mehr verpassen, dann abonniert doch diesen Kanal. Es werden hierzu noch weiterführende Videos kommen. Habt ihr Fragen oder etwas nicht verstanden, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und bis demnächst. Tschüss und bis demnächst.